Tamriel Die alten und neuen Freunden die Welt zu erkunden Tamriel ist gezeichnet von dem Krieg der Allianzen Drei mächtige Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft auf dem Kontinent Welcher du dich anschließt, ist von entscheidender Bedeutung Doch unabhängig von deiner Wahl, Krieg ist unausweichlich Bestreite gewaltige Feldzüge in Sirodil Seite an Seite mit Hunderten deiner Kameraden Baue Belagerungswaffen wie Katapulte und Ballisten Um feindliche Festungen dem Erdboden gleich zu machen Oder verteidige deine Burg gegen eure Gegner Nur gemeinsam mit deinen Verbündeten kannst du den rechtmäßigen Sieg erringen Überall auf der Welt warten große Herausforderungen Wie die dunklen Anker und gigantische Gegner, die du am besten im Team niederringst Schließe dich mehreren Gilden an oder gründe eine eigene Bruderschaft Um Gleichgesinnte anzuwerben, die sich mit dir in die Abenteuer Tamriel stürzen Mit dem integrierten Sprachchat kannst du problemlos mit anderen Spielern Die nächste Schlacht planen, Handel treiben oder einfach nur in Kontakt bleiben In einem Trupp aus vier Spielern kannst du in gewaltigen Dungeons mehr über die Geheimnisse Tamriels erfahren Und vergessene Reichtümer entdecken Abgestimmt auf deine eigenen Fertigkeiten und die deiner Mitstreiter passt sich die Umgebung an Während dein Charakter stärker wird, eröffnen sich dir immer neue Möglichkeiten Mit Stufe 50 wirst du als stolzer Veteran ausgezeichnet und kannst dich an noch größeren Herausforderungen versuchen Wie der gefährlichen Abenteuerzone Karkstein oder der beeindruckenden Drachenstern-Arena Und es geht noch weiter Stelle dich in einem Team mit zwölf Spielern außerordentlichen Prüfungen In denen du dich riesigen Gegnerhorden und gewaltigen Kreaturen in den Weg stellst Um an wertvolle Beute und Punkte für die Bestenliste zu gelangen Das großartige Miteinander in The Elder Scrolls Online schafft ein überaus intensives Spielerlebnis Die Freundschaften, die du im Spiel knüpfst, wachsen zu echter Kameradschaft The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited Lebt durch seine aktive Community, die das Herz und die Seele des einmaligen Online-Erlebnis darstellt zum Schluss Statt der ständige Miteinander in den Weg Vorher umgleich in den Weg Die Abgeordneten des một Bestenstables Die Anw